Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notu-Farmburg und ihr seht schon Leute, ich fahre ordentlich hier rum, ja. Ich halte mich an die STVO und was kann das bedeuten, Leute? Wir sind heute wieder auf dem RP-Server, deswegen werde ich jetzt einmal ganz kurz zum Auto ausfahren, weil das Auto ist nicht erlaubt, der Maybach. Und dann schauen wir mal, was ich denn da so in der Garage habe. Gucken wir einfach mal rein. So, was haben wir denn hier? So den Jogger, Traktor eher nicht so. Ich weiß nicht, darf man den Celestial-Typ S? Ich weiß es echt nicht. Avantismo vielleicht noch? Ich glaube, ich nehme einfach den ansonsten. Den kann man doch bestimmt benutzen, oder? Sieht doch schön aus, sieht der. Schöne Elektroauto. Den kann man safe benutzen. Safe kann man benutzen. Soll ich sagen, fahren wir erstmal lang. Ich weiß noch nicht, was ich mache, diese Folge. Ich weiß es noch nicht. Leider darf ich keine Waffen holen, wegen Peacetime ist an, glaube ich. Mal gucken. Wir erkunden erstmal die Stadt. Mal gucken, ob wir irgendwann einen finden, wo eine RP-Szene irgendwie gerade ist oder sowas. Ansonsten machen wir gleich mal irgendwie einen Tankstellenraub oder sowas. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, die wir machen könnten. Aber ansonsten fahren wir erstmal hier rum, gucken, was die Leute hier so machen. Aha, kein Blinker gesetzt hier. Ja, ja. Mir geht hier nichts, ne? Dem Auge geht nichts. Da ist ein Polizist auf jeden Fall. Ich sage, blinken wir mal hier lang, auf jeden Fall. Jetzt haben wir den ein bisschen trollen, den Polizisten. Der hupt schon. Ich hupt auch dann. Jetzt hupt er nochmal. Jetzt reicht es doch langsam mit dem Hupen hier, ne? Der hupt mich die ganze Zeit an hier. Ja, ja. Jetzt fahre ich aber schnell weg hier. Jetzt fahre ich aber gar nicht schon. Geh mal Gas jetzt hier. So, schnell weg jetzt hier. Blinker reinsetzen. Ja, ja. Abgehängt haben wir den. Hast du gesehen? Habt ihr das gesehen, Leute? So schnell haben wir einen Polizisten abgegangen. Ich würde sagen, wir fahren mal eben kurz vor der ersten Gautangstelle einfach mal. So, Licht können wir eigentlich auslassen. Vielleicht werden wir ja an eine Seite gepullt. Das heißt Verkehrsentrolle. Ähm, ich würde sagen, wir düsen mal zur Tankstelle einfach mal. Aha, guckt mal, wie der hier fährt, Leute. Guckt mal, wie der hier fährt. Der fährt hier wie eine offene Hose im Straßenverkehr. Also sowas. So einen müsste man direkt aus dem Verkehr ziehen hier. Oh, ich glaube, der hat genau das gleiche, wie ich fahre, oder? Äh, please remove the cone blocking tunnel entry near bank. They are voided for no. Okay. Ach, stimmt ja, ich kann ja gar nicht tanken hier. Ich hab ein Elektroauto, lol. Äh, AFK gibt da einen? Okay. Ich muss ja hier tanken. Stimmt ja, eine Ladesäule muss ich ja tanken. Ganz vergessen. Jetzt kommt auch noch eine Gang, auch tanken hier. Alle wollen sie tanken auf einmal, ne? Das sind wir liebsten. Die SEK und sowas. Also tanken hier. Okay, ich glaube, wir tun die Tankstelle jetzt mal nicht ausrauben, Löber. Das sind ein bisschen zu viele SEK-Bumpen da. Äh, weil ich bin unbewaffnet. Äh, also das lassen wir lieber, glaube ich, dann stehen. Stecken. Wie auch immer. Hm. Wir gehen mal zur Ares-Tankstelle, würde ich sagen. Komm, die Ares-Tankstelle. Die sieht doch bestimmt nice aus. Da kann man bestimmt was machen hier, oder? Self kann man da was machen. Okay, da kommen wir. LKWs kommen da entgegen. Aha, Polizei. Okay, okay, okay. Hier ist rot. Achso, die. Die Dinger, die Cones hier. Ja, okay, gut. Der gibt auch schon ganz schön viel Gas hier. Ja, ja, ja. Also, mein Gott, ne. Hat der einen Zahn drauf. So, dann gehen wir hier lang. Ja, dann gehen wir hier lang. Und dann hier raus. Hier steht ein LKW rum. Und dann irgendwie noch ein RS4 oder sowas. Okay, aha, aha. Sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt gehen die Bahnschranken runter. Auch ärgerlich. Ähm, ja, das schaffen wir noch, ne? Das schaffen wir hier. Das ist ein RP machen, real life hier. Jetzt steht da auch einer. Oh, 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 oh. Rote Ampel. Rote Ampel. Ich hoffe mal, dass ich jetzt stehen bleibe hier. Und der Kollege da an der Tankstelle fährt weg. Ansonsten ist mir auch egal. Ich raub die Tankstelle trotzdem aus. Egal, ob der jetzt da ist oder nicht da ist. Obwohl, warte mal. Ist das ein Polizist? Oder was ist das? Jetzt brauche ich hier ein Elektrofahrzeug. So, jetzt gehe ich mal einfach rein hier. Gucken. So, wie sieht es denn aus hier drin? Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir kaufen Energydrinks hier ein bisschen. Ein paar Kekse. Und dann machen wir es kaputt hier einfach. Und dann machen wir Rambazamba hier, Leute. Aber richtig Rambazamba mache ich jetzt hier. Ich muss auch treffen hier, ey. Gottes Willen, ey. So, ey. Mal kaputt jetzt hier. So, jetzt geht doch. Ich wollte schon was sagen, ey. Mein Gott, nee. Geht gar nicht kaputt, die Kasse hier, ey. So, jetzt muss ich alles hier mitnehmen schnell. Kann man nicht die Scheibe auch kaputt machen? Ne, geht nicht, ne? Ne, wäre auch ein bisschen zu. Wie, zwei Geldscheine nur? Was ist das denn hier für eine Bank? Äh, was ist das für eine Bank hier? Was für eine Tankstelle hier, ey? Mein Gott, nee. Okay, ich habe extra gewartet hier, aber es kommt kein Polizist. Es kommt keiner. Okay, dann. Wenn die Polizisten nicht wollen, dann fahre ich weg hier. Und tschüss. Naja, da kommt ein Polizist. Leider zu spät gewesen seid ihr, ne? Naja, ein Polizist kommt da gerade. Notice, peacetime is on. Das ist in Ordnung. Ich bin eh schon weg hier. Naja, kannst schön gucken da. Schon weg bin ich. Ey, hallo. Junge, Junge. Was ist das? Ich bin läutenlos hier. Auch noch falsch fahre hier, ey. Mann, 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 Mann. Die Polizei muss auf jeden Fall mal ihren Job machen hier. Und diese Leute aus dem Verkehr ziehen. Genau wie der hier. Der parkt auf jeden Fall sehr komisch da. Mit seinem LKW. Ähm. Ja. So, was ist hier los? Okay, hello, sir. Schreibt er schon hier. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir sind kacken dreist. Einfach, die Polizist ist ja hier vorne. Wir rauben einfach mal jetzt hier die Gelsengoutangschel aus. Kacken dreist einfach. Parken einfach hier vorne dran. Lassen den Motor an. Sprinten ganz schnell in die Tankschle rein. Mann hat kaputt hier. Ich habe gerade gedacht, ich höre Schritte dahinter. Aber, nee, nee. Zack, springt das Geld raus. 100 Ocken habe ich schon mal hier. Und dann habe ich hier 500 Ocken. Die Kamera. Guten Tag. Hier, tschies. Hier reinwinken auf jeden Fall mal. Hallo. Und dann, ähm, geben wir der Polizei mal eine Chance. Und dann hauen wir gleich ab. So, jetzt höre ich Polizei. Ich glaube, die Polizei kommt jetzt hin, oder? Da kommt die Polizei. Jetzt müssen wir schnell fliehen hier. Und ganz schnell wegrennen hier. Aber ganz schnell. So, Vollgas geben. Und schnell weg jetzt hier. Ja, ja, ja. So, na, ist das jetzt hier, ne? Jetzt erwirken wir die Verfolgungsstärke. Genau das, was ich wollte. Gottes Willen, ey. Eie, karamba, Alter. Gottes Willen, Alter. Voll reingefahren jetzt hier in der Verfolgungsjagd hier. Was machen wir jetzt, Leute? Da bin ich ja voll gegengeknallt jetzt hier. Da bin ich bewusstlos, Kollege Schnüschuh, ne? Autsch, schreibt er. Schreibt mal, oh, what was that, ne? Was war das denn mit hier, Leute? Gottes Willen. Ah, Wabenblinger anmachen hier. Gottes Willen, Leute. Ich brauche auch ihre Verstärkung hier. Near gas. I helped you, Officer. What, what was that, schreibt mir, what was that hier. Was war das denn jetzt hier, Leute? I helped you, Officer, schreibt er hier. Was ist das denn hier, komplizt noch was? Schreibt mir, what was that hier, also schreibt mir mal hier. Schreibt mir, can't you drive? Schreibt es. Kannst du nicht fahren? The whole car is damaged. Shut up, criminal. Was? Ich bin kein Criminal. Because of you. I don't care. Wie, I don't care. Come down. Ja, ich beruhige mich nicht. That car was brand new. Brandneue Karre war das hier. Shut up, little... Ich bin kein Krimineller hier. I'm not a criminal. You are. You drove, you drove your car in mine. Du hast da ein Auto. Don't you understand? You are a criminal, idiot. Was soll das denn hier? You go where you... Gehen wurde geboren, was? You also drove your car into mine. He, he tries to flee. Officer? Der, der fährt gerade weg hier. Kollege Schichwil. Hallo? Bleib mal stehen jetzt hier. Hallo? You will pay, Dad. Der wird auf jeden Fall bezahlen, hier, der Kollege. Go where you came. I won't. I will... Was heißt anzeigen, Leute? I will anzeigen you. Anzeigen, Englisch, schnell. Oh, Gottes Willen. I will show? Show will ich den? Sir, schreibt er. Go home, little criminal. I won't. Hier, ich zeig auf jeden Fall hier. Did you rob the gas station? What? That guy just drove in... Ey, was hast du denn jetzt hier? Der haut mich auch noch aus hier. Leute, was hast du denn hier? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der haut mich hier. Failapie, failapie. Oh, oh, oh. Ja, ja, das sind wir liebsten hier. Das sind wir liebsten hier auf jeden Fall. Da, guck mal hier. Ja, ja, der haut mich einfach hier. Direkt fest dem hier. Den, den, den fest dem, Leute. Den hier. Ja, der haut auch hier. Guck mal, der haut. Hier, fest dem. Wie alle hinterher rennen. Failapie, failapie, failapie. Die rennen alle hinterher. Failapie. Geil, ey. Arrest him. Arrest him. Schnell. Genau. Hier, direkt festnehmen den Kollegen hier. Aber direkt festnehmen. Jawohl. Jawohl. Gute Arbeit auf jeden Fall. Ne? Gute Arbeit auf jeden Fall. Go, schreibt er. Genau. Your place and stuff costs... Jetzt haut der einfach ab hier, oder was? Ja, guck mal, wie der... Hinterher. Wie der abgeht, Alter. Wie der abgeht. So, ich schreibe auf alle Hi. Ey, du Hund, schreibt er. Du Hund. Du Hund. Der beleidigt ihn einfach. Gottes Willen. Modern needed for PT Vio. Wie geht es? Also, den haben wir festnehmen da auf jeden Fall. Genau. Tesco. So soll's sein, Herr Tesco. Auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Trotzdem hast du den Fahrrad, der mir reingefahren ist, einfach fliehen lassen, ne? Also, so geht's auf jeden Fall nicht hier. Ne, so geht's nicht. Aber das sollte ich erstmal mit den Kollegen. Was ist passiert? Da ist... Wie die alle fragen. Machst du ein Video? Bin ich im Video drin? Das ist auch geil hier. Oh, komm, Flett. Hallo, Schlett. Sehr gut. Message all is a red taxi driver and we need open ticket in red taxi driver for a ride. Das ist gut hier auf jeden Fall. Alle abonnieren. Genau, alle abonnieren hier auf jeden Fall. So soll's sein. Okay, alles klar. Ist weiter auf jeden Fall. Das heißt für mich erstmal, dass ich weiterfahren kann jetzt hier. Okay, Leute. Jetzt brauchen wir einen Plan erstmal. Okay, wir fahren hinterher auf jeden Fall. Oh, Salah, ist das denn jetzt hier? Den ruhig einfach mal ausfahren hier ganz kurz. Zack. Mein Plan ist es jetzt, Leute. Auf jeden Fall, komm, Flett und Xcavenger. Diesen Taxifahrer. Hi, I need a ride. Schreibe ich mal eben ganz kurz den Kollegen hier. Gucken, ob der mich abfüllen kann. Und dann, Leute. Machen wir den krassesten Plan aller krassesten Pläne auf jeden Fall hier. Kann ich bitte mit dir fahren? Ja, das leider nicht, Leute. Eher nicht so. Das ist ein bisschen schwierig. Hello, Sir. Of course. Where are you? Wo sind wir denn, Leute? Warte, wir fahren eben kurz rüber hier. Schnell. Dann parken wir hier ganz schnell hier mal so. Auf süß. I'm next to the bank. Okay, ich bin neben der Bank auf jeden Fall. Und hier würde ich sagen, warten wir auch hier einfach mal. Aha. Martod und Leon-Schock. So einer ist das hier. Hallihallo. Schreib mal, guten Tag. Alright, I'm on my way. Sehr schön. Der Taxifahrer kommt auf jeden Fall hier. So soll's sein. So soll's sein, Leute. Please expect some problems with my chat. Okay, alright. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der ist englisch. Also, ich weiß nicht, ob der ein deutsch bedingen kann oder so. Haben Sie was vor? Ja. Ich warte auf einen Freund. Ne? Wissen Sie, wem das Auto da gehört? Nein. Leider nicht. Leider nicht, wem das gehört. Ist das der Taxifahrer? Das ist ja wohl nicht mein Taxifahrer, oder? Fahr mal schnell weg hier. Dachte ich, das war ein Taxifahrer. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Kommt damit so eine Schrottkarin da, ey. Das kann man ein Taxifahrer sein. Der besparte BMW hier. Warte mal. Ähm, dann müssen wir gucken. Jetzt hier müssen wir eben kurz den LKW-Fahrer durchlassen. So, und dann können wir theoretisch jetzt hier schnell die Bank, also die Straße erqueren. Ich schreibe mal, hello. Are you my driver? Fragezeichen. Okay, der haut einfach. Okay, perfekt. No. Oh, sorry. Deine Sache war no. Ich habe gedacht, das wäre mein Fahrer. Das ist gar nicht mein Taxifahrer. Gottes Willen, ey. Falscher Fahrer hier. Und die hauen sich hier kaputt. Achso, das ist alles andere. Oh, das ist hier. Das ist Undercover. Das ist Undercover einfach. Ach, da ist mein Taxifahrer wahrscheinlich. Das ist mein Taxifahrer. Powerboard, we don't. Das ist gut hier auf jeden Fall. So soll es gehen, Leute. Das ist genau so soll es sein. Und da kommen Taxifahrer hier schon. Jail. Ja, moin. Erstmal in den Knast rein. Geil, ey. Jetzt ist leider kein Platz hier für den Taxifahrer. Der muss ein bisschen drehen hier vielleicht. Äh, achso. Der macht den einfach. Okay. Okay, ich würde sagen, komm, steig ein einfach hier. Hello. That was fast. I need a fast ride to the new opened clothing store here. Hier in Hamburg. In Hamburg. Brauche ich ganz schnell ein Ride. Ne? Aber gar nicht schnell. Und da müssen wir gucken vielleicht, ob wir den mal ausräumen können, den Kleidungsladen. Mal schauen. Schauen wir mal. Okay. Hello. Sure thing. Okay. Nice. Chatbug. Sorry. No. No problem. Ich weiß gar nicht, was der Chatbug ist, aber egal. Ja, genau. Schön warten jetzt hier. So, ich würde sagen. Äh. Wo fährt denn jetzt hin? Wollte ich nur sagen, hä? Ach so, der dreht. Ah, der dreht. Ach so, der fährt. Ah. Der fährt über die Landstraße. Ich dachte schon, was macht den jetzt hier gerade, ey? Aber jetzt haben wir ihn. Okay, okay. Jetzt haben wir ihn. Oberrot gefahren hier. Ja, ja. Das sind wir liebsten auf jeden Fall. So, mit dem Taxi fahren wir jetzt erstmal zum Kleidungsladen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dahinten wird es auf jeden Fall schon mal Polizei. Warum auch immer. Ich habe nichts gemacht auf jeden Fall. Der gibt auch ganz schön Gas hier, der Kollege. Finde ich auf jeden Fall gut mit seinem Sprinter hier. Ah, kommt die Polizei. Genau. Fahr mal. Ah. Ah, gut. Da braucht man nicht rechts ranfahren theoretisch. Also, ich glaube, man müsste Rettungsgasse bilden. Aber man fährt ja noch. Im fließenden Verkehr braucht man das jetzt nicht unbedingt auf jeden Fall. So, ich würde sagen, dann soll er uns gleich mal hier rauslassen. Dann bezahle ich den Kollegen hier. So, da sind wir auf jeden Fall schon. Ne, ich sage mal Thanks auf jeden Fall schon mal hier. Thanks. Jetzt muss ich sagen, here we are. Perfekt. How much would it be? Mal fragen, wie viel das kostet jetzt auf jeden Fall. 400. That's cheap. 400. Wait a minute. Minute. So, dann machen wir mal kurz hier pay. Wer hat da gesagt? Red. Red Taxi. Red Taxi. 400 oder 500. Weiß ich gar nicht mehr genau jetzt. 400, ne, war das? We try to keep it cheap. Okay. Red Taxi. 400. So, hat er euch bekommen. You don't have that much money. You can only have 40. Oh, ich habe gar keinen. With. Withdrawal muss ich erst mal. Geld abheben hier, ey. Gottes Willen, ey. So, dann müssen wir hier pay. Gar keine Kohle mitgehabt hier, ey. Gottes Willen, ey. Gottes Willen. So. 400. Okay. I paid. Did you get it? Ich frage mal eben ganz kurz, ob er es bekommen hat. Ne? Have a wonderful day, sir. Of course. Alright. Thank you. Also have a great, great day. Ne? Dann muss ich sagen, ich weiß gar nicht, auch einen schönen Tag. Good day now. Good day. Bye. Bye. Thank you. How kind. Sagen wir mal bye auf jeden Fall. So, winken wir den auf jeden Fall nochmal hier. Ne? Winke, winke. Und dann gehen wir jetzt in ein Kleidungsgeschäft, Leute. Ziehen jetzt unsere geheimen Missionen an. Hier, zack, unser EM-Shirt ziehen wir uns an hier. Und dann unsere EM-Hose. Zack, die Flagge. Und schon sind wir verkleidet als Fußballfan hier. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Ergebnis hier, rauben wir noch hier schnell den Kleidungsladen auf hier. Machen alles kaputt hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wie gesagt, lasst gerne mal ein Like und Abo da. Mal gucken, ob jetzt gerade noch Polizei kommt. So, zack, 2500. Haben wir direkt schon die ganze Kohle wieder rausgeholt hier. Wie viel kostet eigentlich der Hut hier? So, die Käppi. Wie viel kostet die? 75, okay. Schwarz wahrscheinlich auch 75 dann, okay. Ja gut, auch 75 hier, ne? Ja gut, okay. So Leute, ich würde auch sagen, dann spazieren wir mal aus dem Laden raus. Der Laden ist auf jeden Fall aus. Wir haben uns jetzt die Kleidung geklaut hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Bild hier, ich würde sagen, wenn wir jetzt erstmal, ich würde sagen, ich fahre jetzt hier zurück mit dem Zug. Der ist ja kostenlos bekanntermaßen. Zwei Minuten und der andere ist, na gut, ist ja egal, ob andere. Ich muss den eh nehmen, den anderen nach City. Ja, fünf Minuten. Wir sagen, ich setze mich jetzt hier hin, fahre zurück in die Stadt und sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut rein, Leute.